Hallo, mein Name ist Robert Franz. Ihr wisst, ich bin der Mensch, der sich kümmert, damit es uns gesundheitlich gut geht. Ich kämpfe für Naturheilmittel, gegen die Pharma, wo auch immer. Okay, ich habe gesagt, Robert, wechsel mal die Sparte. Geh mal in die Elektronikbranche. Was kann ich machen? Ein neues Spiel für die Menschheit erfinden oder vielleicht auch benutzen. Das Spiel heißt, Spiel mit deiner Gesundheit vor Robert Franz. Also, man spielt mit seinem Leben, warum soll man nicht mit seiner Gesundheit spielen? Aus was besteht dieses Spiel? Aus einer Hardware. Wird geliefert, eine Box, sieht richtig edel aus, Pharaonen, Pyramiden, was alles draus, Herobiefen. Das ist die Hardware, dann noch eine Sonde. Die Sonde ist der sogenannte Joystick für jedes Spiel. Die Steuerung, ein Joystick, ein Glückstick sozusagen. Heute habe ich das Glück, damit zu spielen. Ein paar Verbindungskabel und was? Einen Software installiert auf einem USB-Stick, den ich am Computer anschließen kann. Was ich zu alles brauche? Eine Installations-CD. Bevor ich das Spiel installiere, zeige ich euch, dass sozusagen ein Computerspiel wird geliefert in der Box. Kann nichts passieren, die Teile werden nicht beschädigt. Man kann sie jederzeit wieder einpacken. Okay, ich nehme diese kleine Mini-Installations-CD, hole sie aus der Hülle. Hier, da ist sie, lege ich sie in die VD-Laufwerk ein. Okay, so, jetzt reinschieben, den Computer arbeiten lassen. So wie ihr seht, mein Hintergrundbild an einem Priest auf den riesigen Felsen. Der Mensch ist ganz klein, wie eine kleine Ameise. Der spielt mit seinem Leben, eigentlich auch mit seiner Gesundheit. Es kann jederzeit passieren, dass vielleicht, ich weiß, er hinfällt, ein paar Knochenbrüche werden das Mindeste, was passieren können. Was sehe ich da? Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen. Ich öffne jetzt den Ordner. Das sind die deutsche Version, German 3.9.0.exe. Einfach anklicken, warten. Der Laptor beginnt zu arbeiten. Man sieht, der grüne Balken da oben. Der Laptor arbeitet. Da ist die kleine Hülle zur Seite. Und warte ich, mein Rohm ist auch nicht ein Tal gebaut worden, aber ich freue mich auf das heutige Spiel. Ich will mit meiner Gesundheit spielen. Okay, ist nur ein Fiktionsspiel, aber was auch immer. Ich bin neugierig, was dieses Spiel zu bieten hat. Einfach warten. Ich bin meine anderen Teile bereit. Okay, was passiert jetzt? Nachdem er angezeigt hat, drücke ich jetzt die rechte Maustasse auf den Icon German Exe, rechte Maustasse. Was nehme ich? Als Administrator ausfüllen. Drücke ich auf den Administrator ausfüllen. Und jetzt arbeitet das DVD-Raufwerk. Jetzt wird die Software einfach installiert. Und hört, zählt wie eine kleine Grille. Arbeite liest und liest und liest. Okay, bitte. Okay. 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 Okay, und da ist es. Möchten Sie zulassen das folgende Programm? Änderungen auf diesem Computer, klar, ich will ja spielen, Computer ist die einzige Möglichkeit, das Spiel zu spielen, ja, und jetzt beginnt die Installation, Willkommen Installationsassistent. Was mache ich? Ich drücke einfach weiter, okay, nochmals auf weiter, und jetzt einfach installieren. Sieht man, die Dateien werden dekomprimiert, die werden ganz schnell installiert, es geht dann schnell. Das ganze Spiel hat nur, glaube ich, 34 MB, das schafft jeder kleine Computer. Fertig stellen. Was machen wir jetzt? Und schon, dass das Eigen erschienen, kleine Eigen, ich spiele mit der Gesundheit, was mache ich? Die Gesundheit zu leisten. Und, was mache ich? Jetzt schließe ich einfach die Hardware an. Ich habe jetzt die Sonde, ich habe den Verbindungskabel, da habe ich meinen kleinen Hardware, ich nehme diese Sonde, zerriss das rein, sonst ist die Sonde verbunden, man kann auch die Stecker nicht vertauschen. Da habe ich den USB-Stick, ich nehme diesen anderen, schließe es an, okay, so, alles verbunden, und jetzt suche ich noch einen freien USB-Anschluss, den habe ich da, und was habe ich da? noch für die Software, entferne ich den Deckel, da drüben, okay, und jetzt haben wir es, alles klar. Die Hardware ist angeschlossen, ich spiele mit der Gesundheit, ich öffne das Icon, draufklicken, es dauert jetzt, wird geladen, erscheint schon das Icon unter, ich habe schon die Oberfläche zum Spielen, was mache ich? Ich gehe auf das Zehr und trage mich ein als Spieler, okay, ich klicke drauf, klick auf Plus, und hinzufügen, ich füge mich jetzt dazu, mein Name, wie jeder wisst, Robert Franzi, ich schreibe einfach Robert, ich will keine private Daten weitergeben, Geschlecht natürlich männlich, Geborenamt 19, 19, 19, 19, 19, 5. und Geburtsjahr 19, 6, 0. Perfekt, wie hoch bin ich, ich war 1,87, okay, man wird auch nicht jünger, bin vielleicht gestürmt, machen wir 1,86 Meter, okay, es wird weniger Computerspielen, wo die Höhe des Spielers, das Gewicht des Spielers verlangt wird, aber, okay, ich mache halt mit, es ist ja nur ein Spiel, okay, Gewicht, ich habe, und zwar 98 Kilo, 9, 8, okay, und, was mache ich, speichere ich diese Daten, einfach speichern, okay, jetzt warte ich, was steht, Robert Franz, 98 Kilo, schwere übergewichtig, hm, ich fühle mich aber wohl in meiner Haut, okay, ist ja nur ein Computer, männlich, 1,86, was mache ich, ich gehe auf Test, drücke Test, und, was mache ich, ich drücke auf Start, was verlangt mit dem Computer, Spiel beginnen, was muss ich machen, diese Sonde, okay, diese kleine Sonde, einfach in die Hand nehmen, sie leuchtet jetzt schon rot, okay, wir haben sie, das Angeschlossene, liberale Anschlüsse sind drinnen, das mache ich, Test beginnen, und, jetzt beginne ich den Test. Spiel geht weiter, ich schaue mal die Hand, und, zündet ein Signal, was passiert hinter, ja, ich mache halt, ich schaue mir die Bilder ein, sieht aus, als wird mein Körper gescannt, das Spiel zeigt sein Herz, wahrscheinlich kennt, das Spiel, jetzt mein Herz, oh, was ist da, ein Darm, eine Leber, eine Milz, ja, keine, da gehe ich vor nochmal zu sagen, dieses Computerspiel, ist nicht für Kinder gedacht, erst ab 18 kann man halt wirklich, ich weiß nicht, seine Fantasie, was auch immer, diese Symbole, ich weiß sozusagen, oh, da sieht man, was, eine Handblase, zwei Nieren, und jetzt kommt ein Darm, das Computerspiel, wir sind bei 24, okay, meistens dauert es, glaube ich, 90 Sekunden, die Länge des Spiels, ich kann das Spiel, egal, spielen, ob ich jetzt, ich weiß, aufgeregt bin, oder, ich weiß, in Ruhe bin, oder, vielleicht, wenn ich Stress habe, kann ich dieses Spiel spielen, wir sind jetzt bei 33 angelangt, das ist eine Wirbelsäule, das sind die Wirbelfortsätze, das werden Nervenstränge da drüben, passt sogar, ich weiß, mit dem Thema Gesundheit, aber, nehmt es als Spiel an, hat nichts mit Realität zu tun, es ist nur eine Fiktion, was ist ein Knochen, was sind es die Flüssigkeit, oh, was sind da, ein Haufen Adern, Arterien, Verbindung zum Kopf, ja, das sind meine Halsschlagadern, geht es weiter, wir sind bei 50 angelangt, das ist was, ein Gehirn, ist es mein Gehirn, nein, es ist nur eine Fiktion, es wird etwas dargestellt, bildlich, aber, was mich fasziniert, diese Farben, diese Zeige, die da rumschwirren, Symbole, Zahlen, die da rumlaufen, okay, mal was Neues, nicht immer diese Angst und Ego-Shooter, okay, die Analyse ist abgeschlossen, bedeutet, das Spiel ist fertig, okay, ich lege die Sonne runter, das mache ich da, ich drücke auf okay, und, wir lassen das Ergebnis sehen, oder, jetzt sehe ich meine Daten, okay, dass es nicht verloren geht, und jetzt steht in Bearbeitung, jetzt werde ich sehen, mit was ich heute gespielt habe, wahrscheinlich mit meiner Gesundheit, in Bearbeitung, bitte warten, okay, da haben wir es, und, je nach Rechner mehr oder weniger, jetzt, was steht da, Robert, jetzt werde ich sehen, was ist da passiert, was hat dieses Gerät über mich herausgefunden, oh, was steht da, verschiedene Daten, Cardiozoi-Blas-System, Hematokrit, Cholesterin, Gefäßwiderstand, okay, ganz tolle Farben, soll ich nach unten, stattdessen über Blutversorgung, Gewebe, im Gehirngewebe, oh, jetzt auf Grün, wahrscheinlich, bin ich mental voll fit, ja, habe ich bemerkt, bei so vielen Informationen, die ich in meinem Kopf schweigen kann, ist die Sache richtig toll, was mache ich da, ich kann jetzt meinen Magen-Darm sehen, oh, mein Magen sagt sich, glaube ich, zu schwach, versteht ihr, Glepsinsach, zu stark, zu schwach, nein, ist zu schwach, okay, was kann ich machen, weiß nicht, einfach weiter schauen, Leberfunktion, Dickdarm, Gallensaft, Nierennerven, alles, ich kann aber auch vielleicht einen Bericht zu sehen, was habe ich bei diesem Spiel, was steht da, was muss ich machen, ich muss abnehmen, Robert Franz ist fettleibig, egal, ich fühle mich wohl, ich muss auch kein Model sein, die heutige Gesellschaft springt auf jeden Ego-Trip, was die Presse daran bringt, was ist da, mein Magen da, ich muss mein Magen sagt verbessern, meine Leberfunktion, mein Leberfettgeist ist ganz leicht erhöht, kein Problem, meine Nierenfunktion, Funktion der Hirnnerven, Gedächtnisindex, lässt nach, was muss ich machen, dazu hören Sie Stress, essen Sie mehr Gemüse, hören Sie mit auf dem Rauchen auf, verschaffen Sie sich regelmäßig in Bewegung und Jovensee, wow, toller Ratschlag, aber ich muss es ja nicht ernst nehmen, das ist ja nur ein Computerspiel, meine Knochendichte, Knochen, Knochenwachstum, Blutzucker, Spurelemente, Wasser statt Eisen, Kupfer, Silizium, B1, B3, Vitamin C, Vitamin K, Schlafen, Aminosäuren, Fische, Tinnenfisch, Kraten, Aar und Steinbeißer, okay, ich bin halt, mehr oder weniger will ich Vegetar werden, dann lasse ich halt mal die Fische lieben, Immunsystem, Hämotoxine, Schwermetalle, allgemeiner Zustand, mein pH-Wert, was steht da, bin ich denn sauer, nein, ich bin jetzt überhaupt nicht sauer, ich finde es richtig toll, mit so einem Spiel zu spielen, okay, und was mache ich jetzt, ein neues Spiel, ich will wieder spielen, ich nehme wieder Milch, ist eingegeben, Protokoll anzeigen, okay, Robert hinzufügen, das habe ich, okay, und jetzt, Protokoll anzeigen, bin ich da wieder, ich kann es so spielen, wie ich will, das macht richtig Spass, und deshalb, wenn ich jetzt wieder neu spielen, mache ich einfach zurück, und test, mache ich einen neuen Test, und was mache ich, ich lege wieder los, deshalb wünsche ich jedem viel Spass beim Spielen, mit dem neuen Computerspiel, Robert Franz, Spiel mit deiner Gesundheit, wow, früher haben sie den Menschen Brot und Spiele gegeben, um sie zu verdummern, hoffentlich schaffe ich mit diesem Computerspiel, die Menschen intelligent zu machen, zu denken, was ist Gesundheit, und unsere Gesundheit ist nur ein Spiel, aber es bedarf zu spielen, und nicht nur rumzureden und nichts zu machen, okay, bis zum nächsten Mal, viel Spass mit meinem Computerspiel. Alfred Sien